Hallo, mal kein Video zum Lernen, nur mal so ein paar Gedanken zum Thema Fortschritt. Ich stelle immer wieder fest, in den letzten Jahren gab es irgendwie kaum Fortschritt, oder? Kaum sowas wie, ich sag mal, Errungenschaften. Das Einzige war vielleicht das Smartphone und das Tablet, das war vielleicht. Vielleicht noch, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, das Internet an sich, das war auch noch bestimmt gut. Gut, aber ansonsten, ich meine, Netflix ist schön, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen was Neues. Es gibt jetzt, oder sag mal, vielleicht in den letzten 5 bis 10 Jahren vielleicht, es gibt schon so viele Webseiten, es gibt neuere Webseiten, es gibt so viele Chatbots, neue AIs und, weiß nicht, verschiedene, ganz viele Firmen, die ganz viel machen, für ganz viele andere Firmen, die auch wieder ganz viel machen. Und es gibt so viele Clouds und man kann jetzt so viel machen mit der Cloud und, ich weiß nicht, ich habe bisher noch keinen Service gefunden, den man jetzt, wo ich sagen würde, dafür braucht man unbedingt die Cloud. Und ich will nicht sagen, dass die Cloud schlecht ist, aber man kann sich darauf nicht ausruhen, finde ich, das ist keine Errungenschaft oder sowas. Ich finde, wie gesagt, wir drehen uns, wir drehen uns so im Kreis mit diesen Sachen. Jeder nimmt so ein gewisses, wie soll ich sagen, so ein Grundstein, so eine gewisse Basissituation nimmt jeder hin und baut dann darauf auf. Ja, wir haben, zum Beispiel, wir haben Internet, wir bauen auf dem Internet auf oder Kyocera hat einen neuen Drucker rausgebracht, mit dem wir mit noch weniger Strom, noch weniger Tinte, noch weniger Papier verbrauchen. Das ist schön, das ist auch gut, aber warum kommt nicht mal jemand hin und sagt, hey, warum eigentlich Papier? Wer braucht eigentlich noch Papier? Wir leben in diesem Jahr, warum brauchen wir eigentlich noch Papier? Wer muss denn noch ausdrucken? Also, diese Grundsatzfrage stellen, alles, was wir haben, nimmt jeder als gegeben hin und baut dann darauf auf, anstatt zu sagen, hey, warum haben wir eigentlich Papier? Warum haben wir eigentlich Autos? Ist mal auf die Frage jemand gekommen? Gut, vielleicht, Jörn Lovisczak hat die Frage vor, puh, sechs Jahren oder so mal gestellt irgendwo, ich weiß nicht mehr. Aber ansonsten, also, vielleicht, um das mal kurz reinzugehen, warum haben wir denn Autos und sagen alle, ja, du willst ja mobil sein und du willst ja überall hingehen können? Da kann man natürlich sagen, warum willst du denn, warum, warum willst du denn mobil sein? Naja, weil du überall hingehen können willst, zum Beispiel willst du ja auch einkaufen fahren und da hinfahren. Ja, nimm mal an, nur mal eine verrückte Idee, dass alles, was du, wo du hin willst, wenn das in Laufweite wäre, du brauchst doch kein Auto mehr. Ja, ich sag nicht, dass wir das machen können, aber einfach nur diese Idee, dass man sagt, wir krempeln mal alles um. Ich frag mich auch, wir sind im Jahr 2022, warum stinken immer noch unsere Städte nach Autos? Oder Frankfurt, warum stinkt Frankfurt noch nach verschiedenen Exkrementen überall? Warum kriegen es die Leute im Jahr 2022 immer noch nicht ihren Müll in Mülleimer zu stellen, in einem Land, wo überall Mülleimer stehen? Wobei in einem Land, wo nirgends Mülleimer stehen, Japan zum Beispiel, da kriegen sie es hin, den Müll ordentlich zu entsorgen, größtenteils. Warum sind unsere Städte immer noch laut? Warum können wir immer noch fast nichts recyceln? Guckt euch mal an, was die echte Recycle-Rate ist, nicht was irgendwelche Firmen so rausposaunen, sondern wenn man mal guckt, wenn man sich mal schlau macht, wirklich ins Detail guckt, was wird denn eigentlich recycelt? Natürlich wird schon viel recycelt, aber das ist halt nicht so viel. Und warum stehen wir immer noch im Stau? Also auch da wieder, jeder sagt, ja natürlich, wir haben ein Auto, wir haben unsere Straßen und dann müssen wir, Stau muss man ampeln, muss man halt mit leben und so. Aber niemand fragt mal, warum ist das eigentlich so? Warum machen wir das nicht anders? Und wenn wir jetzt zum Thema Stau oder Auto, naja, da kann man ja nichts machen, das ist ja auch mit dem Land und Straßenbau und Infrastruktur, das kann ja, eine Firma kann das ja, ja leck mich. Wer hat denn für den Straßenbau gesorgt? Wer hat denn den Straßenbau initiiert? Autohersteller haben den initiiert, früher gab es keine Straßen, vielleicht, okay, früher mit den Kutschen, aber das waren ja keine Straßen in dem Sinne, die waren ja nicht geteert, sondern das kam alles durch die Autos. Das heißt, man kann sich einfach nicht hinstellen und sagen, ja, es geht ja nicht, weil der Staat und wir brauchen, nein, du brauchst einfach nur eine krasse Erfindung. Du musst jetzt einfach mal, einfach mal das System umkrempeln und die Grundfragen antasten. Also wirklich um, nicht den nächsten High-Quality-Porno, der super schnell auf deinem Computer erscheint und mit dem, weiß nicht, mit dem Inkognito-Fenster findest deine Ehefrau oder deine Freundin oder deinen Freund nicht raus. Darum geht es doch gar nicht, sondern es geht wirklich um Errungenschaft. Es hört sich ein bisschen Elon Musk-mäßig an, aber wo sind unsere Raumschiffe? Wo ist unsere Lichtgeschwindigkeit? Wo ist unser schwarzes Loch? Wo ist unsere Sonne auf der Erde? Wo ist unsere Kernfusion? Das sind so, das wäre mal eine Errungenschaft. Eine Kernfusion stabil machen, das wäre mal eine Errungenschaft. Und wenn du jetzt bis hier in fünf Minuten gehört hast, Errungenschaft, Kernfusion, du hast jetzt noch wie viel, 20, 30, 40, 50 Jahre zum Leben? Willst du die? Also ich meine, da wird sich nicht viel ändern, oder? Außer wenn jetzt mal wirklich jemand sagt, ich mache jetzt was, bam, ich habe die Idee, so, ich weiß nicht, auf Englisch nennt man das Moonshots, soweit ich weiß. Also wirklich so crazy Ideen und dann auch wirklich verdammt nochmal umsetzen und nicht stehen bleiben. Und das ist halt so, also vielleicht auch mal so ein bisschen über die Realität hinaus, wie gesagt, ein bisschen Elon Musk-mäßig, so, What the fuck, wir bauen jetzt, unser Ziel ist, innerhalb der nächsten, keine Ahnung, zehn Jahre ein Raumschiff zu bauen, damit wir zum Mars fliegen können. Das, das wäre mal eine Errungenschaft. Aber, also echt, ey, nicht, nicht, nicht die zehnte Software für die zehnte Firma machen, die dann auch wieder pleite geht, die, was macht die, die macht alles nur, so, alles baut so aufeinander auf, nichts geht nach vorne, alles nur im Kreis, das ist doch, also ich finde das grausam, ich würde mir echt wünschen, dass es mehr Leute gibt, die so, wirklich was zum nach vorne machen, damit, damit die Menschheit mal nach vorne kommt und nicht immer nur sich sieht, sondern, damit nicht der ist Individuum, sondern wirklich wir als eine Menschheit soll mal einen Schritt nach oben machen, einen Schritt nach oben. Wo ist der Raumanzug, damit jeder einfach so im Weltraum fliegen kann? Aber gut, das waren jetzt schon mehr als sechs Minuten dreißig, ich will mich nicht noch weiter reinsteigern. Vielen Dank fürs Hören soweit und das soll's gewesen sein.